Da hat er noch einen Bären, ich glaub's nicht. www.scheißboxer.shop Ey Freunde, was geht ab? Und herzlich willkommen bei meinem Video hier auf meinem Kanal. Ja Freunde, heute gibt's wieder eine Folge Brawl Stars. Und mit dabei hab ich den... Guten Laune, Michi. Moin. Yo, was geht ab, Bruder? Alles klar bei dir? Yo, bei dir auch? Moos, Moos, bisschen krank, aber was soll's, kann man ja nicht ändern. Und wir haben heute eine richtig krasse Challenge dabei. Erstmal gucken wir jetzt mal sein Profil an, Leute. Gebt euch mal einfach... Digga, der hat fast 20k an Trophäen. Oh mein Gott, Junge, was bist du für ein Trihardt? Alter, Penny, auf über 1000. Was ist denn los bei dir? Das ist ja richtig krass. Ja, das wird easy, ne? Ja, Mann. Ja, Leute, und heute gibt's eine richtig krasse Challenge. Und zwar, wenn wir machen, best of five, der Verlierer muss einfach dem Gewinner alle Skins bezahlen. Oh mein Gott. Also, wenn ich verliere, wird's richtig teuer für mich. Aber, wenn ich gewinne, wird's nicht so teuer für den Landi, denn ich hab nur noch einen einzigen, den ich brauche. Sonst hab ich alle. Das heißt, es wird richtig krass heute. Und, ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an. Du darfst ihn im Web aussuchen. Ähm, wir fangen oben an. Ich weiß jetzt nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ähm. Die erste. Schädel-Ufer? Schädel-Ufer, ja. Okay, let's go. Okay, dann muss ich mir mal direkt einen Brawler aussuchen. Alles klar. Aber wir machen das fairer und spielen nicht immer Shelly, oder? Ja, okay. Oder, wirst du, wir können auch immer Shelly spielen? Nee, 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 wir spielen nicht immer Shelly. Ist ja langweilig, ne? Ich würde ja jetzt nicht immer Shelly spielen, das wäre ja komplett lost. Okay, bist du bereit? Let's go. So, so. Oh mein Gott. Bin ich mal gespannt. Ich auch. Oh shit. Ich hoffe, der gute Laune... Oh, okay, der Spinn... Minita, der gute Laune mich hier. Ja, der Spinnita. Ich hoffe, du machst dir jetzt nicht vollkommen ernst. Ach, würde ich doch nie machen, ne? Genau. Lol, du hast aber schon elf Vortyps. Ja. Geste aus für dich. Oh mein Gott. Okay. Kurz sein, werden hier schnieten. Oh nein. What the hell? Ich muss ganz schnell los. Junge, der pusht ja anders aggressiv. Ja, hallo, du hast 13 Vortyps. Du bockst mich richtig. Oh mein Gott. Los Bull, helf mir. Okay. Ja, tut der. Er gibt die Vortyps. Junge, du bist anders gut, ey. Okay. Okay, Finale. Ja, lass mehr Vortyps. Da bringe ich mir das gut sein. Hau nicht nur bei dem Klee. Was, der hat mich dadurch getroffen? Wie viele Bären hat der denn? Junge, die ist die Range, ne? Ich nutze halt diese Wände, ne? Jetzt habe ich ein bisschen mehr Platz hier. Ja, das stimmt. Oh mein Gott. Das ist halt absolut getriert hier, ne? Ja, ja. Hier geht es um ihr Wurscht. Hier geht es um vier, Leute. Ihr wisst Bescheid. Oh. Da hat der noch einen Bären. Ich glaube es nicht. Jawohl, gewonnen. Oh mein Gott. Ja, okay. Digga, erste Runde. Aber. Nice. Digga, du bist anders gut. Aber du hast trotzdem gewonnen, ne? So ist es nicht. Ja, stimmt. Okay, jetzt darf ich mir eine Map aussuchen. Dann rufe wir jetzt eine Map. Okay. Jetzt muss man die richtige Star Power hier wählen. Okay, bist du ready? Jo, ich bin ready. Okay, let's go, Leute. Nächste Runde. Gegen die gute Laune, Michi. Du kannst ja mal ein paar Jokes erzählen, falls dir welche einfallen. Ich habe keine Jokes am Start. Aber ich kann auch nicht so laut sein, weil wir haben auch schon... Es ist schon 1.15 Uhr. Ja, und mein Nachbar hat noch ein Baby. Am Schlafen und alles. Kinder. Da muss man natürliche Rücksicht nehmen. Okay. Das geht natürlich nicht anders. Bist du jetzt bei dir in der Wohnung, oder? Ja, ja, klar. Ich bin ja bei mir in der Wohnung. Nice. Oh, das ist diese Map. Ich habe voll den falschen Brawler. Bruh, was ist denn hier los mit dir? Oh, mein Gott, Junge. Wo kommen die denn alle hier her? Wo kommt der denn her? Leute, da kommt ein Bull angecharge, zu mir einfach so random. Nein, Junge. Acht Cubes hat der Bull. Was, Alter? Nein, Liga, der hat mich getötet. Der Bull hat mich einfach getötet. Oh, mein Gott. Das steht 1.1. Ja, Mann. Jetzt bist du dran. Such dir eine Map aus. Wir nehmen... ...die zweite Map. Okay, die zweite. Rocket Wall. Irgendwas mit Wände wahrscheinlich. Voll. Äh, mit Stein. Achso, meinst du, ähm... Feuerfels? Ja. Okay. Ich glaube, das ist die, oder? Nee, egal. Nee, nee, nee. Okay, sorry. Let's go. Nee, alles gut. Alles gut. Ich habe das ja auf Englisch, deswegen weiß ich die ganz gut. Wieso hast du dein Wollstas auf Englisch? Weil ich mir das Spiel damals gedownloadet habe. Und damals gab es das nur auf Englisch. Achso. Ja. Und dann habe ich es auf Englisch gelassen. Gib... Gib's zu, du findest Englisch nur cooler. Das auch, tatsächlich. Also ich komme mit den deutschen Bezeichnungen nicht so. Nein, ich bin doch... Hallo, ich bin Deutscher. Nein, Digga. Oh mein Gott, Junge, das war ja komplett lost von mir. Scheiße, man. 2-1. Was passiert? Ach, Junge, ich bin so doof gewesen. Oh, Lord. Du hast Kult gespielt. Ja. Okay, jetzt suche ich mir eine Map aus. Wir nehmen... ...Findlinge. Ich bin Brawler, nehme ich den da am besten. Komm, der muss jetzt mal regeln. Soll ich dir sagen, was ist das Spielspielspiel, Mortis? Okay, es ist eh zu Schmied, geht Mortis. Was spielst du? Den scheiß Boxer. Steht jetzt 2-1, oder? Ja, 2-1 für dich. So, let's go, Leute. Oh mein Gott. Oh, ich bin tot. Ne, bist du eh nicht. Ja, doch, ich bin echt tot. Hey, du verarschst mich. Nein, ich wurde gesandwiched. Ich bin nicht tot. Was? Ja, Bull und Jesse haben mich gesandwiched. Ich hab... Du verarschst mich jetzt auf real, oder was? Nein, ich bin echt tot, ja. Ich spiel die Runde mal lieber zu Andy, auf Serious, Digga. Du trollst mich eh. Geh nach rechts, dann siehst du zwei Rots. Ja, okay, ich lasse mich sterben. So, ich hab mich tot gehen lassen. Steht 2-2 jetzt. Ja, ja, jetzt geht's um den Wurscht. Ja, jetzt geht's um. Digga, ich bin gerade extra in den Bo reingesprungen. Hast du das gesehen? Ja, ich hab's gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass man so schnell stirbt. Okay. Hast du dir den neuen Mecha-Crow eigentlich gekauft? Warte, du meinst zufällig den hier? 300er. Ich seh das nicht. Achso, nee, jaja, den hab ich. Nice. Oh. Ja, mir fehlt nur noch ein einziger, der Spike-Crow. Scandler, sonst hab ich alle. Rund auf Spike. Genau. Ich spare auf die 50k Powerpoints. Boah, du bist verrückt. Aua, da schwarte ich noch nicht. Ja, auf den Fisch. Das kann gut sein, nee, nee. Ich glaub, du bist mit einem der Ersten, die das haben. Ja, das stimmt, weil keiner safe oder fast keiner. Ist halt sehr anstrengend, so viel zu spielen. Okay, letzte Map. Alles oder nichts. Gute Laune, Michi. Bist du bereit? Die letzte Runde jetzt. Okay, nochmal einen Schluck trinken, Leute. Ihr wisst Bescheid. Stay healthy. Hydrated. Ja, Mann. Okay, wir spielen jetzt die letzte Runde. Let's go. Mach dich ready. Auf jeden Fall. Oh, ich hab auf Freddy gedacht. Hast du einen richtigen Ball ausgesucht? Ja. Was, du spielst mit dem? Ja. Rico, okay. Okay, das hätte ich jetzt mal nicht gedacht. Warum auch nicht, ne? Neu, ich hab WLAN-Zeichen. Du auch? Ja, ich hatte das auch gerade. Neu, ich hab WLAN-Zeichen. Ich bin tot. Bist du echt? Ja. Ich hab wieder WLAN-Zeichen. Egal. Hä, du bist gestorben? Ja. Vora, hab ich getötet. Ja, okay. Dann geh ich aufstehen und mach mir die Runde normal. Aber ich bin gerade echt gestorben, wegen WLAN-Zeichen. Ja, Leute. So, jetzt machen wir nochmal neue Runde auf Ehrenbasis. So, Leute. Neue Runde. Michi hatte gerade WLAN-Lags. Ich bin jetzt mal gespannt, was er nimmt. Okay. Ich hoffe, du bist schnell mit deinen Auto-Empfängern. Ich weiß gar nicht, wie du bist. Oh, scheiße, Mann. Jawohl, easy. Noll. Digga, was? Hast du mich nicht gesehen? Nein. Hey, jetzt ehrlich? Ja, ich war gerade im Kampf unten. Du hast voll auch an. Ja, das hab ich wohl. Passiert. Digga, ich hab einfach gegen mich gewonnen. Ja, knappes Game. 3-2, ne? Das stimmt. Kann man machen. Ich glaub, ich gewinn nicht mehr im Schnell nochmal die Runde. 3-2 war echt knapp. Also, ich hätt niemals gedacht, dass ich ihn nicht gewinne. Oh mein Gott. So, ich hol nicht mehr im Schnell hier noch. Ach komm, wir schenken den Bot die Runde. So, und... Tot. Perfekt. So, Leute. Das heißt, der Landi ist ein Ehrenmann. Der wird uns jetzt hier den Skin gleich bezahlen. Also, der zahlt das gleich mit Paypal. Gibt mir das Geld. Und ich hab ja gerade noch ein paar Gems. Das heißt, ich kaufe den jetzt hier. Also, let's go. Den Robo Spike. Hast du den? Den Robo Spike hab ich mir gekauft. Ja, 150. Oh, ein Ehrenmann. Okay, let's go, Leute. Ich kaufe ihn jetzt. Und da ist er gekauft. Oh mein Gott, wir haben ihn. Richtig nice. Krass, Mann. Hast du alle Skins, also, die es jetzt so gibt? Nee, nee, nee. Ich hab voll viele Skins nicht mehr. Ich hab mir die nicht mehr gekauft. Hast du den Crow Skin? Äh, Crow Skin hab ich nicht. Warte, ich zeig ihn dir mal. Genau. Oh, ich bin schon in einem anderen Room. Ach so, okay. Ich würde sagen, das war's dann mit dem Video. Wir haben diesen geilen Skin ja gekauft. Ihr könnt euch mal kurz zeigen, den. Super Spike Skin. Auf jeden Fall nice games gewesen. Ja, Mann, danke auf jeden Fall, dass du dabei gewesen bist. Checkt mal den Gute Laune, den ich hier habe. Erster Link unten in der Videobeschreibung werde ich ihn euch verlinken. Und, jo, ich würde sagen, die letzten Worte gehen dir. Ja, ich bedanke mich, dass ich dabei sein durfte. Ich wünsche euch allen noch einen schönen Tag. Haut rein. Jo, mach's gut, Leute. Danke fürs Zusehen und ciao. Und bis dann, Antenne. Ciao, Kakaos. Ciao, Kakaos. Ciao, Kakaos. Ciao, Kakaos. Ciao, Kakaos. Ciao, Kakaos. Untertitelung des ZDF, 2020